Ja, hallo ihr Lieben, hier bin ich nochmal mit einer weiteren Heilungsgeschichte, von der ich euch gerne wissen lassen möchte. Und zwar geht es da um eine Gelenkzüste. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, sie hatte das halt, ich glaube auf dem Mittelfinger, das ist dann halt auf einem Gelenk, so eine gefüllte Blase mit Gelenkflüssigkeit, die halt sehr, sehr schmerzhaft ist. Und zwar war das bei dieser Frau so, dass sie das schon seit Jahren hat, Tee, und ja, sie war dann eben auch schon beim Arzt gewesen, der hat das dann aufgestochen und der hat dann halt gesagt, wenn sie das nächste Mal kommen, dann müsste halt das Gelenk versteift werden und eine Hautverpflanzung müsste stattfinden, weil es ist tatsächlich so, die Haut ist dann wirklich, die so gewölbt ist, ist wirklich sehr pergamentartig, sehr dünn. Hm, habe ich da gedacht. Das müsste doch auch vielleicht anders gehen. Und zwar kam auch da die Auf-Wasser-Zieh-Methode, kam dann zur Anwendung, mehrmals mit verschiedenen Mitteln. Auch da kam es zu heftigen Reaktionen, also zu Kribbeln in den Füßen, Händen, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was alles. Auf jeden Fall gab es da heftige Reaktionen. Ähm, was auch gemacht worden ist, also ich habe ihr da schon auch die Zweitpunktanwendung, äh, des Öfteren gegeben. Und, ähm, ja, es war ziemlich hartnäckig und, äh, es hat da wirklich einige Anwendungen gebraucht und Geduld. Aber siehe da, also es ist tatsächlich, äh, komplett abgeheilt. Es ist also, äh, nur noch, sag ich jetzt mal, eine Stelle zu sehen, wo es war. Ja, 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 keine Gelenkversteifung, keine Hautverpflanzung, keine großartigen Kosten, die irgendwo entstanden sind, sondern einfach nur Geduld, Liebe und Zuwendung. Ja, das einfach nochmal, äh, so zu dieser Geschichte. Wer mein erstes Video nicht gesehen hat, möchte ich darauf hinweisen, also ich, äh, teste die Sachen aus. Können ganz verschiedene Mittel sein, können Heilsteine sein, es können Kräuter sein, es können Heilsätze sein. Äh, äh, ich teste die, äh, Minuten aus. Die dann halt, äh, äh, auf das Blatt, äh, auf das Blatt mit dem entsprechenden, äh, geschaut werden soll. Und das Glas Wasser halt in der rechten Hand. Ja, und ihr werdet selber feststellen, wenn ihr mich kontaktiert und ihr habt ein Problem, wie das auf euch wirkt. Ich kann wirklich dafür nur Reklame machen, weil es, ähm, unglaublich einfach, unglaublich wirksam ist, ähm, ja, was soll man sonst noch dazu sagen. Äh, äh, ich kann es nur jedem empfehlen zu machen, probiert es aus und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr an euch, äh, an mich wendet, meldet euch einfach per, ähm, persönliche Nachricht bei Facebook oder per Mail. Das wird dann verlinkt dann unter, unter diesem Video. Ich grüße euch ganz herzlich und, äh, sage dann tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao!